Es ist unbeabsichtigte Komek. Nachdem das ZDF das Thema Zivilschutz und Verteidigung 30 Jahre lang weitgehend ignoriert hatte, wurden nun 0815-Journalisten auf eine Reportage angesetzt und der Beitrag mit dem Titel Bunker-Sirenen-Vorräte beginnt mit Putins Drohung an den Westen und der breitbeinigen Ansage in der Anmoderation, dass man jetzt mal so richtig nachforschen wird, ob wir komplett im Eimer sein werden bei einer Cyberattacke und Stromausfällen. Jetzt aber so mal ganz richtig ernst. Jetzt kommen die GEZ-finanzierten Superreporter und werden sich nirgendwo abspeisen lassen, wenn das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Als Reporter wählte man einen blassen Kerl im bunten Pullover, der völlig unverdächtig wirkt, so als sei er ganz bestimmt links, Veganer, braucht Stimmungstabletten und hätte erst vor ein paar Jahren sein Abitur gemacht. Dann auch ein älterer, hartgesotten wirkender Kerl, der wohl noch im Kalten Krieg irgendwelche brisanten Kiez-Reportagen gedreht hat. Die Rentner, die überhaupt noch die Öffentlich-Rechtlichen gucken, werden bestimmt angemessen auf den Beitrag reagieren, indem sie beim nächsten Kaffeekränzchen mit anderen Rentnern darüber reden. Nach einem Vorabzusammenschnitt von hohen Politikern, die hohle Phrasen dreschen, erfolgt der obligatorische Besuch bei einem netten Prepper, wie man sie bisher schon in mehreren solcher Beiträge gesehen hat. Dieser hier hat Bauch, Glatze und Bart, wirkt also eher unverdächtig. Einer von den bösen Preppern zu sein, die laut Mainstream definiert sind als physisch fit, Vorräte haben für mehr als drei Monate und Träger von Waffenbesitzkarten sind. Immerhin hat er seine Garage zum ABC-Bunker umfunktioniert mit Luftfilter, so wie es den Kalten Krieg über die Empfehlung war in den USA oder Britannien. Das macht ihn schon etwas verdächtig, immerhin könnte er im Ernstfall mit seinen Angehörigen darin egoistisch eine Krise aussitzen und sein Essen und seinen Platz nicht teilen mit den darbenden Mietshausbürgern da draußen. Als nächstes bringt das ZDF, genau wie in vergangenen öffentlich-rechtlichen Beiträgen zum Prepping, marxistische Klassenkampfideologie mit rein. Ein Herr von einer Spezialfirma taucht auf, um den Privatbunker noch zusätzlich zu verbessern. Für Millionen Haushalte in Deutschland in Mietwohnungen ist so etwas keine Option. Demnach solle hier Papastat eingreifen, den Mittelschichtshausbesitzern noch mehr Geld wegnehmen und selbiges dann umverteilen an überteuerte staatliche Projekte für Sirenen und solche Dinge, die kaum etwas bringen. Die Reporter scheinen das Thema Sicherheit und den geopolitischen Konflikt überhaupt nicht zu kapieren, sondern fürchten wohl am meisten, dass Bürger abfallen vom Staatsglauben und insbesondere vom Marxismus. Es folgt der Besuch eines alten staatlichen Bunkers, der staubig aber anderweitig ordentlich wirkt und wo keine bürgerlichen Prepper die Hand drauf haben und keine Privatfirma für bürgerliche Kunden. Man sieht das Dräger-Logo auf den Anlagen und das ist für die Staatsreporter dann wieder in Ordnung, denn Dräger beliefert ja die Regierung. Wer ist schuld an der Reduktion der Bunker und der Verwahrlosung laut ZDF? Na der Steuerzahler bzw. GEZ-Beitragszahler natürlich, denn die Bürger hatten sich ja nach 1991 nicht beschwert. Also selber schuld, Papastat, nix schuld. Es folgte obligatorische Besuch bei der winzigen Behörde Bundesamt für Bevölkerungsschutz BBK. Wir erfahren, dass wir nicht für einen Kriegsfall gerüstet sind und dass die Anschläge vom 11. September den kompletten Abriss des Zivilschutzes verhindert hätten. In den USA erfolgten Milliardeninvestitionen in Sicherheit und es wurden Billionen ausgegeben für die Kriege in Afghanistan und dem Irak. Das BBK will sehr viel mehr Geld und meint gleichzeitig, dass der Steuerzahler selber für 10 Tage vorsorgen solle. Laut aktuellen Umfragen haben aktuell überhaupt nur 16% der Bürger Vorbereitungen getroffen. Je mehr Geld die Behörden kriegen für Sirenen und Gedöns und je mehr dies kommuniziert wird von Staatsmedien, umso mehr Deppen da draußen werden wohl eher passiv bleiben und sich auf den Staat verlassen wollen. Viele Papiere der Regierungen zu möglichen Krisen heißt es, seien geheim. So als ob die Politiker im Ernstfall ein paar Joker aus dem Ärmel ziehen könnten. Natürlich halten sich Behörden bedeckt, weil man nicht will, dass die Russen uns in die Karten schauen und unsere genauen Verwundbarkeiten kennen. Aber wir müssen ja ohnehin davon ausgehen, dass wir von Russenspionen durchsetzt sind. Es ist zigfach bewiesen, dass im Kalten Krieg kaum irgendein Geheimnis vor Stasi und KGB verborgen blieb. Wenn man weiß, wo man schauen muss, dann kann man sich ausmalen, was die geheimen Pläne sind. Etwa das Herankarren von zehntausenden Privatpolizisten von britischen Konzernen wie G4S. Das passt zwar dann nicht mehr zu den marxistischen Luftschlössern der schwarzgläubigen Bürger, aber Hauptsache Ordnung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schwallt im klimatisierten Büro, dass man Panik vermeiden möchte, da es ja akut gerade keine Katastrophe gäbe. Während in der Ukraine Staatsfunktionäre sich verbergen müssen wegen Luftalarm. Der ehemalige Innenminister de Maizière redet mit seiner rauen Onkelstimme, dass er einen großen Stromausfall für wahrscheinlich hält. Was hatte er konkret unternommen im Bereich Spionageabwehr angesichts all der russischen Briefkastenfirmenkonstrukte, die nicht nur Gas lieferten, sondern sich auch noch in die deutsche Infrastruktur einkauften, wie unter anderem Gasspeicher. Wie groß waren die Spionageringe, die die Russen etablieren konnten und wie hoch reichten jene in die Politik? All das fragen die Reporter gar nicht oder zumindest sehen wir es nicht. Die winzigen Verfassungsschutzämter hatten ja mächtig zu tun mit politischem Radikalismus. Also was blieb dann an Kapazitäten übrig, um uns deutsche Steuerzahler zu schützen vor russischen Spionage- und Sabotagenetzwerken, die bald bei uns die Lichter ausgehen lassen können? Hat er sich etwa auf befreundete Dienste aus den USA und Britannien verlassen? Würden die Anglos aber lieber hochplatzierte Quellen in Russland schützen, als Deutschland zu helfen? Wir wissen inzwischen, dass die DDR-Sabotagegruppen für die BRD hatten für Angriffe an neuralgischen Punkten, notfalls mit Mikrokernwaffen. Sie wissen schon, die Armee des Friedens und so. Schnitt zurück zu den GEZ-Reportern, die sich gegenseitig abfragen, ob sie denn zumindest die empfohlenen 10 Tage überbrücken könnten mit eigenen Vorräten. Der eine meint einfach nein und der andere verweist auf den Supermarkt und die Ecke, wo er dreimal die Woche einkaufen geht. Und so geht es als nächstes um die geheimen Lebensmittellagerstätten der Regierung, also hauptsächlich loses Getreide und Linsen, die im Ernstfall aufwendig verarbeitet und verteilt werden müssten. Dann noch ein bisschen was zu den alten Lükex-Übungen und dem Hochwasser. Der Bau eines neuen Zivilschutzzentrums, auf Steuerzahlerkosten versteht sich, das war es dann. Das Publikum bleibt recht passiv. Denn warum eigene Nachforschungen anstellen, eigene Gedanken haben und eigene Handlungen begehen, wenn man stattdessen beim nächsten Kaffeekränzchen oder beim nächsten Bierabend vorgefertigte Meinungen äußern kann? Die schwedische Regierung bereitet die Bevölkerung währenddessen auf ein Worst-Case-Szenario vor und will die Bürger zu Preppern erziehen, heißt es in einer aktuellen Arte-Doku. Die Initiative kommt also vom Staat und ohne staatliche Pädagogik würden die Schweden wohl mit heruntergelassenen Hosen dastehen, wenn die Russen einen Krieg beginnen. Es heißt, bereits 2017 hat das Land die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt, die Armee wird personell aufgestockt und besser ausgerüstet, der Verteidigungshaushalt soll erhöht werden und nun soll sich auch Schwedens Zivilbevölkerung für den Ernstfall rüsten und aktiv Krisenvorsorge betreiben. Natürlich will oder kann der Staat nicht das ganze nötige Geld ausgeben und die Arbeit leisten und so müssen dann die Steuerzahler in die eigene Tasche greifen, nach dem bereits versteuerten Einkommen, um in der knappen Freizeit die eigene Sicherheit zu erhöhen. War nicht die Bereitstellung von Sicherheit das schlagende Argument schlechthin für den ausufernden Staat? Wird man nicht in Schweden von der Kinderkrippe bis zur Totenbare bürokratisch verwaltet? Es heißt, das Interesse am Preppen ist in Schweden so groß wie nie. Quer durch alle Bevölkerungsschichten legen die Menschen Lebensmittelvorräte an, trainieren Überlebenstechniken oder lassen sich sogar an der Waffe ausbilden und die Prepper vernetzen sich. Schießtraining? Man sollte auf Arte und bei der schwedischen Regierung ehrlich sein mit den Bürgern. Sobald China offen Russland unterstützt, können Gerät und Soldaten über die Belt Road bis nach Europa gebracht werden. Es bräuchte nun weit mehr als nur Standardprepping und einen Pseudo-NATO-Beitritt. Es heißt, seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine stehen auch bei der Hotline der schwedischen Zivilschutzbehörde MSB die Telefone nicht mehr still.